Wenn die Anweisung nicht umgesetzt werden kann, bedarf es der Bewegungshilfe. Hier kann für das Erlernen des Korblegeranlaufs die Rhythmisierung und die richtige Schrittabfolge besser verinnerlicht werden. Die Matte dient als passive Bewegungshilfe. In diesem Fall eignet es sich nicht, aktive Bewegungshilfe zu leisten, da es beim Korbleger schwierig ist, in die Bewegung einzugreifen.